Herzlich Willkommen Leute zurück zu Minecraft Galaxy und wir bauen weiter unseren Vorplatz und danach werden wir die Säulen für die Burg setzen und dann geht es richtig los hier die Burg aufs Wasser zu platzieren. Sie wird nicht bis nach ganz unten gehen, sie wird immer nur auf diesen Dingern stehen, aber in der Mitte wird es einen großen Turm geben, in dem man dann auch runter kann und dann vielleicht sogar unter die Erde kommt, in so Katakomben, so runde Treppen, aber ich brauche dafür so viel mehr Stein und ja, wir müssen bald Stein sammeln gehen, ich will Kev jetzt nicht einfach da irgendwie Stein abnehmen gehen oder sonstiges, ich werde den nächsten Mal einfach mal fragen, ob ich mir ein bisschen Stein nehmen kann, ich werde das Ding vielleicht gleich, wenn ich hier allen Stein verbaut habe, Einmal suchen gehen, ich würde es auch gerne selber bauen, Leute, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, in Ignisius, ich guck mal, Ignisius Extruder oder sowas, ein Extruder, DNA Extruder, Eruptions Extruder, ja, das ist mir zu schwer, wenn ihr mir sagen könnt, Leute, ihr seid da bei weitem erfahren, Minecraft als ich, das ist mir schon bewusst und ihr habt da richtig viel an, 1, 2, 3, 4, 5, Das geht schon mal nicht, dann ist es wirklich scheiße, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja Kleinen Moment Okay, nächstes Mal weiß ich auch, wie das geht, aber wenn ihr mir das schreiben wollt in die Kommentare, sagt mir, wenn ihr mir so ein Rezept schreiben könntet in die Kommis, wäre das genial, du benötigst so und so viel Stein, so und so viel Lava, so und so viel das und dann kannst du das bauen, das wäre der Oberhammer, Ja, denn damit kann auch ich was anfangen So, wir haben ja auf jeden Fall jetzt diese Möglichkeit, 6x6 zu bauen und das Ganze ist auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, es ist 6x6 und wir lassen natürlich hier ein Abstand, wenn das möglich ist, 1, 2, 3, 4, 5, nein, dann muss es hier hin, 1, 2, 3, 4, 5, nein, 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 ja, am besten wäre hier, aber passt es dann noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und jetzt wollen wir dann hier auch den Abstand so an 1, 2, also sind da 1, 2 Abstand einer Luft, 1, 2 Abstand einer Luft, ja, da müsste diese Säule hin und dann haben wir leider jetzt gerade zu wenig Stein, sind aber dann bei 3, 4, 5, 6, haben 2 Abstand, perfekt, das ist perfekt, da muss die Säule hin, jetzt machen wir nur Stein und ich habe keinen Stein mehr, aber das Konstrukt nimmt Gestalt an King of my castle So, wir brauchen Cleanstone, all over the place, von daher wird jetzt erstmal gebaut Ist das jetzt schon, man meint, habe ich die falsche Picke? Ich habe die falsche Picke Wir brauchen Cleanstone, all over the place und deswegen wird jetzt abgebaut, so Fangen wir mal an, oh, Eisen nehmen wir mal mit, brauchen wir nicht, nehmen wir mit, wir müssen uns trotzdem durch, und Limestone ist auch schon mal Mist, aber weiter geht's So, ähm, wenn ihr auch hier wollt, also das habe ich bei Techtown, habe ich das mal angesprochen, werde ich nächstes Mal so machen, wenn ich Techtown aufnehme Wenn ihr wollt, dass ich irgendwie über ein bestimmtes Thema spreche oder so, können wir das auch mal machen, aber momentan konzentriere ich mich gerade in dem Projekt sehr auf das Bauen Also hier, ähm, finde ich das sehr, sehr cool Und wir können das so machen, wenn ihr wollt, wenn ich irgendwie was Bestimmtes bauen wollte, wie irgendwelche Maschinen, von denen ich keine Ahnung habe Schreibt mir das irgendwie rezeptmäßig in die Kommentare, dann lese ich euren Kommentar einfach in der Folge vor, beziehungsweise euer Rezept und baue nach dem Rezept Ich weiß, ich könnte auch nachgucken, aber dafür müsst ihr dann auch jetzt wieder die Namen der ganzen Dinge kennen, die ich brauche Und, äh, so habe ich ein bisschen mehr Interaktion mit euch und ihr könnt euer Wissen hier preisgeben, was glaube ich aber trotzdem jeder weiß, außer mir Ähm, das ist aber nicht schlimm Ich spiele gerne Minecraft, ja, und ich habe auch sehr viele Modpacks schon gespielt, aber ich habe noch nie was mit Technik gemacht, obwohl ich in ganz vielen Technikdingern drin bin Und, äh, ja, das ist ein bisschen traurig, findet ihr nicht? Ja, schon, ein bisschen Aber wir machen weiter und gehen unseren Weg So, hier kommen wir aber auch gut durch heute Die Picke ist gut, danke Early Damit kann man viel Stein abbauen Meins, 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 meins Dirt brauchen wir nicht So, dann schauen wir mal, wie viel wir haben Vier Stacks wäre optimal Hallo, wer ist da? Wir haben ein Stack, zwei Stacks, drei Stacks, dreieinhalb Stacks Das ist gut, geht eigentlich doch ganz schnell Vier Stacks, nehme ich dann mal wieder vier schöne Stacks von Stein Kann ich vielleicht die Säulen noch zu Ende bauen heute Wegen Holzen war hier einfach mal alles weg Oh, neue Höhle wieder, sind wir fertig Eins, zwei, drei, vier, perfekt Und raus Ach, mein Lager Ja, das muss ich auch noch verschönern Das ist der Burggraben, glaube ich Du bist tot, du bist tot Und alles rein, ja Brau nicht, brau nicht, brau nicht, brau nicht Brau ich, brau nicht, brau nicht Und an die Workbench Okay, jetzt hätte ich auch nicht gemusst Aber egal, an die Workbench Zack Nimm alles bitte So Und hier machen wir noch einen Rest raus So Hey, hey Das war doch Kobbeliga Kobbeliga Ist hier noch irgendwas drin? Eine Kohle Eine Kohle Eine Kohle Eine Kohle Und hier brennt den Stein So Holieren wir einen Fisch Ist auch unendlich von Drei, vier, fünf, sechs So Du kommst wieder weg Dann Lass mal schauen Das ist diese Ebene Wollen wir uns erstmal drum rum Scheiße Wieder ein So Ja, 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 ja Genau so war das gewesen Leute Vier mal vier So ein paar sind falsch Schauen wir mal, ist das ein weiter? Ja, ja, ne Eigentlich nur ein So 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 So Bedeutet auch, ja Dass das hier wieder ausgehöhlt war Ausgehöhlt ist, glaube ich, sogar falsch Das war vollgestopft So wollte ich das schreiben Äh Ja, und dann ging das einmal so drauf Und dann waren da zwei Trappen nur dran Ne, das war einmal dann auch drumrum Alles klar Du triffst ja eh nix, yo 1, 2, 3, 4 Wieso, Sterne, ich brauche giftiges Wasser Ihr haltet mich auf beim Ackern Ich muss arbeiten So Aus dem Wasser schon mal rausbauen Den Kram Und jetzt wieder nach oben Guten Tag Würden Sie mich bei meinen Arbeiten stören Ich bin schwer beschäftigt Mr. Zombie So Hätten wir das Jetzt wollen wir noch ein paar Stufen Und zwar hier unten Wo jetzt einmal die Mauer drauf ist Einmal in alle Richtungen Ja, dankeschön Ach stimmt Da ist das ganze Überwasser Hier ist es Unterwasser Ändert aber am Prinzip ja gar nichts Zweite Säule fehlt noch komplett Aber so steht gleich erstmal die erste Und deswegen ist das Ne, der Wasserspiegel bleibt eigentlich Moment, der Wasserspiegel bleibt ja eigentlich Ne, ja, nicht ganz Hehe, hier unten sehe ich den Fehler Alles klar Und dann geht es von der Stufe aus Ja, von dem Block geht es 1, 2, 3, 4 hoch Bei der 5. kommt eine Blockreihe 1, 2, 3, 4, 5 Hier müsste eine Blockreihe sein Das heißt, äh Dann ist das nochmal so Und dazwischen Ja, gut, dankeschön Gib mir die 1, 2 Kurz schauen Geh weg, 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 weg Mein Gott Ihr Säcker So kann man nicht messen So kann man nicht arbeiten Warum könnt ihr schwimmen Nein, 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 nein So Also hier ist 1, 2, 3 Und dann kommt die nächste Treppe Und hier ist es 1, 2, 3 Und dann kommt die nächste Treppe Wunderbar Das heißt, diese Blockreihe Ist auch schon mal wieder richtig gesetzt so und so und dann natürlich auch noch nicht so und hier fehlt ein stein haben wir platziert ja ja schießt du mal wichtiges zu tun wir brauchen mehr treppen nehmen wir mal nicht so viele obwohl ich sehr viele brauch leider 21 wird glaube ich nicht reichen da hinten hat eine badeente auf er hat gesagt ich soll hüte sammeln er hat eine krone du gehst nicht hoch mein freund the crown of the ice king so werde ich meine treppen auch verdammt schnell los aber so sieht es nun mal aus und jetzt wird eine stufe dann fehlen leider oh gott hoffe ich vergesse ich das nicht eine stufe fehlt das muss ich jetzt noch machen schnell das muss jetzt noch sein die darf ich nicht vergessen was ist das warum so sollte es eigentlich aussehen und irgendwas trotzdem falsch klar die säule ist höher natürlich die säule ist länger deswegen klappt es nicht aber dann soll es lieber so aussehen dass unten gleich ist okay lassen wir so stehen leute wir sind beim nächsten mal wieder wenn es euch gefallen lasst ein däumchen da hier ist noch ein sims hat den muss ich noch mitnehmen hat early gesagt so und ja wie gesagt schaut doch beim nächsten mal wieder rein macht's gut oder bis zum nächsten mal und tschüss geht's 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 geht's